Servus Leute und schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin jetzt auch endlich wieder da, Gott sei Dank. Manche wissen es ja, vor zehn Wochen ist mir eine Tischplatte auf den Fuß geknallt, da ist der große Zeh und der daneben komplett diagonal gebrochen. Das hat sehr, sehr weh getan. Und jetzt kann ich mich endlich wieder einigermaßen normal bewegen. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt wird Zeit endlich mal für ein Projekt. Weil dieses Projekt hätte normalerweise vor zwei, fast drei Monaten stattfinden sollen. Aber shit happens, wie man so schön sagt. Was werden wir bauen? Einen Bluetooth-Lautsprecher, beziehungsweise einen Boombox. Und zwar für die Garage. Ich habe richtig Bock, weil ich bin oft alleine und da ist langweilig. Da will man ein bisschen Musik haben. Aus was bauen wir die? Aus meinem geliebten schwarzen MDF, 16 und 10 mm. Das habe ich damals bei den Fronten verwendet. Richtig cooles Material, finde ich. Keine Angst, ich werde das nicht überall einsetzen, weil es ist auch, klar, preislich nicht so attraktiv, wenn man das zu oft einsetzt. Aber für dieses Projekt werden wir es verwenden. Zudem habe ich ein neues Maschinchen. Ich sehe, ich gucke es gerade an. Ihr seht es nicht, ich gucke es gerade an. Es ist cool. Will ich euch auch unbedingt zeigen in diesem Video. Und ja, es soll ein Kasten werden, halt wie eine Boombox aussieht. Und ich habe mir gedacht, wie verbinde ich das? 45 Grad auf Gehrung? Ja, könnte man machen. Aber da gibt es was Besseres. Und zwar habe ich hier einen 45 Grad Profil, Gehrungsprofilfräser. Irgendwie so heißt das Ding. Das haut hier in den 45 Grad ein Profil rein und dann kannst du es leichter verbinden. Dann verrutscht das nicht so. Ich bin echt mal gespannt. Leute, ich würde sagen, wir starten mit dem Projekt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, kurzes Zwischenupdate. Ich habe den Fräser ja eingebaut. Ich habe mir solche Reststücke geholt, um das Ganze auszuprobieren, weil ich das auch noch vorher nie gemacht habe mit diesem Fräser. Und ich dachte mir, okay, komm, machen wir mal. Nach zweieinhalb Stunden habe ich es immer noch nicht hingekriegt. Warum? Ich glaube folgendes. MDF ist dafür nicht geeignet. Einfach aufgrund dessen, weil das ziemlich weich ist. Ein Problem, ein großes Problem ist zum Beispiel, ich hoffe, ich kann euch das gut zeigen. Ihr seht ja hier das Profil und wir haben hier die Vertiefung. Und hier, hier seht ihr schon, dieses Ding hier, das ist so labil. Und beim Zusammenbauen bricht das jedes Mal ab. Einfach zum Ausprobieren, dann nehme ich es wieder ab und es ist schon abgebrochen. Also, ich glaube für MDF ist das nicht so geeignet. Vielleicht für Massivholz oder hier für Multiplex zum Beispiel. Da wird das sicherlich gut funktionieren, weil es ist schon eine klasse Fräse. Aber ich glaube nicht, dass das für MDF funktioniert. Oder ich mache was falsch. Wenn ihr meint, ich mache was falsch, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Gib mir mal einen Tipp, wie man das besser machen kann, weil ich habe es jetzt nicht hingekriegt. Und deswegen höre ich jetzt erst mal auf mit diesem Fräser und mache das Ganze ganz normal auf 45 Grad Gehrung. Und damit werden wir auf jeden Fall weiterkommen. Ich gehe mitaster. Ich gehe mit철νοen. Und ich reagierte bei mir immer auf 4 Minuten. Bis zum nächsten Mal. hier sind die gefrästen und auf 45 grad gesägten teile leider hat das ja mit dem profil fräser nicht funktioniert finde ich echt schade aber nicht schlimm die kleinen teile hier das sind die seitenteile links und rechts und die längeren teile sind oben und unten und ich habe hier schon loch drinne falls ihr euch wundert das war eben nicht drin richtig das habe ich jetzt auf die schnelle reingepackt das ist für die passiven radiatoren die werden dann von innen verklebt werdet ihr aber alles noch sehen ich habe halt ein geschlossenes gehäuse und da wollte ich diese passiven radiatoren reinpacken das sieht cool aus wenn der bass läuft dann vibriert das ding was wir machen ich lasse das natürlich bevor wir das ganze zusammen kleben muss ich das erstmal bearbeiten und das werde ich ich werde natürlich nicht dieses standard schwarze mdf lassen ich meine es ist cool aber das geht besser da werden wir auf jeden fall ein bisschen farbe mit rein bringen und ich habe diese diese dosen habe ich jetzt hier schon eine zeit rum eine zeit lang rumliegen paar monate schon ohne es zu benutzen und ich dachte mir jetzt ist der moment gekommen wo ich verwenden kann ich werde nämlich so einen schönen crackle effekt cracklier effekt reinpacken und zwar wollte ich ein bisschen rot mit reinpacken das habe ich hier das ist rot orange erst kommt die farbe und dann kommt mit schwarz der cracklier lack drüber werdet ihr gleich sehen wie das ganze wie sich das ganze ja so baumartig weiter verzweigt das geht auch ziemlich fix wenn man ein bisschen gegen pustet dann geht das super schnell und ihr werdet den effekt gleich sehen ich habe es nämlich schon ausprobiert natürlich habe ich mir gedacht ich probiere das erstmal aus bevor ich euch das zeige und dann kann ich euch erklären wie das ganze funktioniert und ich habe das schon richtig gemacht ihr seht hier es ist noch ein bisschen nass es sieht aber nicht so geil aus warum weil ich einen fehler gemacht habe es hat alles gut funktioniert ich habe erst rot drüber gepackt dann kracklier effekt drüber und was habe ich dann gemacht da habe ich mir gedacht okay innen drin der ring ist noch nicht so super also gehe ich noch mal mit dem schwarzen kracklier lack drüber das war der fehler deswegen sieht das ganze so bescheuert aus also muss ich das gleich noch abschleifen und das ganze nochmal machen aber mit euch mache ich das richtig das ganze muss natürlich staubfrei sein das habe ich eben schon gemacht aber ich gehe noch mal mit dem lappen drüber ich habe es mit ganz fein schleifpapier ich glaube 400er körling bin ich mit der hand einfach mal so rüber gegangen um das schön glatt zu kriegen und dann kann man den ganzen rest der hier noch drauf ist kann man noch mit dem lappen weg wischen und dann sollte das gut sein so ich nehme jetzt hier red orange gut schütteln das hatte ich eben auch schon gemacht was ist mein vorgehen ich gehe hier ein bisschen dollar das heißt ich werde ein bisschen mehr auftragen hier und immer weniger je mehr ich nach hinten raus bin das heißt der crackle der cracklie effekt der wird hier stärker sein und dann hier abflachen in dem bereich das ist der plan so machen wir es einfach wie ihr seht es ist jetzt nass also brauchen wir auch nicht zu lange warten wir brauchen nicht warten bis das komplett getrocknet ist sondern wir gehen jetzt hier mit dem crackle effekt gehen wir einfach mal rüber so ich hoffe ihr könnt schon sehen soll ich wähle mal ein bisschen guckt euch diesen effekt an so ich puste da jetzt nicht gegen sondern ich will ein bisschen jetzt kann man sehen hier habe ich ein bisschen mehr aufgetragen deswegen ist das hier ein bisschen deutlicher als hier vorne jetzt finde ich aber nicht schlimm und hier sieht man auch noch ein bisschen ich weiß nicht ob man das auf der kamera sehen kann aber hiermit bin ich jetzt einverstanden und das werde ich jetzt auch nicht mehr anrühren weil später kommt noch so ein varnisch rüber der das ganze die ganze oberfläche schützt das machen wir aber erst wenn alles schön getrocknet ist so der nächste schritt ist die gierung verleimung und die methode könnt ihr euch wahrscheinlich denken wir machen das ganze mit klebeband sollte am besten gehen das sind zwar jetzt richtig große teile finde ich und es könnte ein bisschen schwierig werden wenn man die um klappt aber das testen wir gleich alles mal aus und ja der truppe kennt sich da am besten mit aus den hätte ich jetzt am liebsten hier aber gut ich mache das jetzt wahrscheinlich zum zweiten oder dritten mal erst klebeband ist dran jetzt müssen wir das ganze umdrehen und dann können wir es zusammen klappen ich habe nur jetzt die schwierigkeit sobald ich das ganze anhebe löst sich das klebeband weil das einfach viel zu groß alles ist und viel zu schwer wie machen wir das wie machen wir das wie machen wir das ich habe eine idee ich nehme jetzt einfach so eine schiene zu hilfe die packe ich jetzt da drunter das ist auch ein gedödel hier so das löst sich schon ach shit das hätte ich sofort machen sollen wäre besser gewesen so geht da drunter so gut so jetzt haben wir das zumindest jetzt können wir versuchen das an der schiene hochzuheben ohne dass irgendwas kaputt geht das sieht gut aus jetzt muss das irgendwie nach vorne schieben jetzt bräuchte ich eine zweite schiene das kann nicht wahr sein so das sieht echt aus wie raketen wissenschaft hier bei mir falls hier keine schiene oder zu keine zwei schienen haben solltet dann ich könnte auch zwei bretter nehmen geht auch so jetzt kann man das gut schieben hoch noch weiter schieben so und runter zack erste schiene weg zweite schiene weg wie sieht das aus minimal nur irgendwas ein bisschen verschoben aber das sollte kein problem sein so geht's wenn ihr keine schiene haben solltet einfach bretter nehmen vorne und hinten dann könnt ihr das ganze gleichmäßig verschieben ihr habt es gesehen ohne die zweite schiene hat sich das ganze wieder verbogen so das war der erste trick 17 so gucken was mich noch erwartet das wird gleich noch lustig also holzkleber holzlein und nicht zu viel weil wenn ihr das zusammen packt dann drückt sich der kleber nach oben und ihr habt einfach viel zu viel leim ausschuss leimüberschuss und das wollen wir nicht also ein bisschen leim nicht zu viel zu ziehen so während unser schöner kasten hier austrocknet gehen wir einmal rüber zu der maschine und ich zeige euch mal was ich so schönes neues habe oh da sieht man sie ja schon so meine freunde da steht das gute ding das ist mein neues maschinchen und zwar ein co2 laser von der firma x tool ich bin mir sicher einige werden das ding schon gesehen haben da gibt es verschiedenste das ist jetzt ein co2 laser es gibt noch die und so weiter die unterschiede möchte ich jetzt ungern erklären da gibt es genug videos von wo die leute das wirklich super erklärt haben aber was ist zu wissen warum habe ich mir ein co2 laser geholt und kein diodenlaser ganz einfach aus dem grund man kann hiermit transparentes acryl bearbeiten ohne es vorher vorzubereiten und zu färben und so weiter mit dem diodenlaser könnt ihr das nicht ihr könnt kein transparentes acryl bearbeiten schneiden gravieren ohne es vorher irgendwie einzufärben weil er kann dieses transparent einfach nicht und ich ihr kennt mich ich bin fauler hund und ich möchte gerne nichts vorher vorbereiten oder vorarbeiten sondern ich möchte einfach loslegen und das kann man mit dem co2 laser manche von euch werden sich fragen du hast doch eine cnc warum willst du jetzt auf einmal oder wieso hast du jetzt ein laser geholt das kann ich gerne in einem separaten video erklären wo es die wo es unterschiede gibt zwischen cnc und laser wenn ihr lust habt schreibt das in die kommentar rein wenn ihr das gerne hören möchtet kann ich euch das gerne in einem separaten video erzählen das möchte ich jetzt nicht das dauert einfach viel zu lange wer das ding schon mal live gesehen hat und angefasst hat überall mal angefasst der weiß wie hochwertig das ding ist es hat auch einen stolzen preis das kostet so um die 4000 euro abhängig davon was man für zubehör noch holt klar es kostet ein bisschen geld aber das ding ist einfach nur phänomenal so links daneben professionell aufgebaut auf dem staubsauger ist mein laptop mit der software weil ich muss ja eine software hier rein spielen wir wollen nämlich ich mache das die nummer auf wir wollen nämlich hier ein löcher rein schneiden für die chassis und ich habe mir gedacht ich mache das einfach mit dem laser weil es schnell geht hier läuft schon die software im hintergrund das ist die software von x tool creative space heißt die kostenlos ich würde sagen ähnlich aufgebaut wie inkscape man kann da super mit zeichnen vektor grafiken erstellen für die programme also absolut klasse einfach kann man wirklich nicht meckern man kann über die software nicht meckern und man kann über das teil nicht meckern klar preis könnte man vielleicht meckern aber das ist jedem selbst überlassen kommt darauf an was für ein budget er hat also ich finde das ding absolut klasse und ich zeige euch mal wie ich die grafik reinlade und wie schnell das geht bis das ding anfängt zu arbeiten von vornherein einige werden sagen warum nimmst du den bildschirm jetzt mit der kamera auf und nicht mit der software ich habe leider kein obs hier drauf ich habe es vergessen zu installieren und ist auch gar nicht so schlimm ich will euch das nur ganz ganz schnell zeigen das was ihr hier seht das ist die kamera die in den drucker rein guckt und wenn man jetzt auf aktualisieren geht wenn man jetzt zum beispiel die haube aufgemacht hat man hat das material getauscht da drin dann klickt man hier auf aktualisieren und er nimmt ein neues bild auf von dem inneren dann könnte ich hier rechts hier einfach irgendwo drauf gehen auf das material der laser kopf bewegt sich und misst die dicke vom material er sagt jetzt hier 10,9 mm und wenn das nicht passen sollte könnt ihr das gerne nachtragen einfach hier den wert eintragen ich lasse das jetzt so stehen und jetzt ist ganz einfach ich habe mir vorher was gezeichnet ich mache den ordner mal auf und zwar das hier das packe ich jetzt einfach hier rein das habe ich mit inkscape zum beispiel gezeichnet hätte ich aber auch mit mit der software hier machen können ich packe das jetzt einfach hier irgendwie rein so sollte passen das sind nämlich die löcher für die chassis und ich sage hier rechts ihr könnt auswählen liniengravur flächen gravur ich gehe auf schneiden so dann kann man hier eine einstellung wählen ihr seht noch die roten kreise so ich wähle die einstellung 100 prozent leistung was nehmen wir fünf prozent geschwindigkeit und vier durchgänge man muss das vorher natürlich mal ein bisschen ausprobieren mit jedem material wie sich das so verhält was man da alles machen kann besonders beim schneiden und das war's 100 prozent fünf millimeter pro sekunde vier durchgänge x hat er sich alles notiert einfach bearbeitung starten er macht alles soweit fertig ihr seht die zeichnung das wird er nur auslasern ausschneiden und dann sagt man start alles klar bearbeiten er meldet weil wir auf 100 prozent power sind dass man da aufpassen muss damit nichts anfängt zu brennen innen drin und dann sagt man einfach nur alles klar bearbeiten und jetzt ist man bereit man muss jetzt einfach nur den knopf auf dem laser drücken so der laser läuft jetzt im hintergrund ihr könnt das geräusch wahrscheinlich auch hören wenn ich ein bisschen herangehen es ist aber überhaupt nicht laut es ist auch nicht anstrengend das geräusch also super ihr habt gesehen wie das rauch das ist ganz klar es geht ja durchs holz durch jetzt verbrennt das holz es wird schön eingezogen und ich zeige euch mal und ganz ganz wichtig immer wenn ihr holz bearbeitet mit dem laser immer dabei sein gucken nicht dass irgendwas anfängt zu brennen aber ich zeige euch mal was ich mir gebastelt habe damit der rauch ausgeht das solltet ihr auf jeden fall bedenken und nicht in einem geschlossenen kleinen raum das ganze betreiben weil der rauch der muss irgendwie raus so ich zeige euch das mal und zwar auch die sonne ja 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 schön so jetzt muss ich jetzt mal mit dem gimbal klar kommen so hier ist ja das rohr das heißt der rauch wird abgesaugt durch die ventilatoren geht durch das rohr und ich habe das hier verlängert einfach so ein pappkasten drum und es geht nach draußen ihr könnt jetzt natürlich ich versuche mal die iso ein bisschen runter zu drehen weit runter weit runter weit runter so ungefähr und der rauch geht raus ganz ganz wichtig leute bedenkt das nicht im geschlossenen raum betreiben wie ihr seht hat das ja ganz gut geklappt mit dem laser das sind natürlich alles einstellungssachen und erfahrungswerte meine freunde die drei kreise habe ich einfach so mit dem daumen raus gedrückt ging super bei dem ich drehe es mal um ihr seht es die kontur ist da er kam auf jeden fall durch ich musste ein bisschen stärker durchdrücken und das kommt dadurch ob jetzt meine platte nicht ganz gerade ist oder wie auch immer davon hängen so ein paar faktoren ab aber erfahrungswerte man muss das halt öfters mal ausprobieren und dann kann man sich die werte aufschreiben dann hat man das für die zukunft genauso wie bei dem teil er kam auch ich weiß nicht ob ihr es sehen könnt er kam auch durch ich muss das halt einfach nur raus drücken aber das gar kein problem wenn das alles draußen ist dann nehmen wir uns wieder unseren phasenfräser und schöne phase rein fräsen damit das ganze cool aussieht und ich teste mal einmal so hier ist der lautsprecher beziehungsweise chassi perfekt genauso wie ich das wollte super also hat das mit der zeichnung auch gut funktioniert den rest kriegen wir auch noch hin so das hier ist jetzt der aktuelle stand wie ihr seht das ist alles schön fest kleber ist gut ausgehärtet sogar die ecken sehen echt gut aus muss ich sagen für meine weiß ich nicht zweite oder dritte gerungs verleimung nicht schlecht wie ihr seht habe ich hier noch solche streben hingeklebt und zwar ist das als eine art begrenzung für die platte vorne und für die rückwand hier habe ich das ganze ein bisschen dicker gemacht weil die rückwand hier kommt die rückwand später hin die werden wir dann verschrauben vorne den vorderen teil da wo auch die chassis verbaut werden das seht ihr hier hier sind auch die streben die sind aber ein bisschen schmaler das musste ich machen weil ich hätte das normalerweise größer machen sollen von anfang an weil das ist ein bisschen wenig platz hier und deswegen musste ich ein bisschen improvisieren und dann habe ich die streben ein bisschen dünner gemacht was aber nicht schlimm ist hier kommt jetzt komplett holzleim das heißt damit wir komplett alles abdichten und dann kommt die vor der vordere teil kommt dann hier rein und wird dann festgeklebt das ist der schritt den wir jetzt machen also erstmal holzleim auftragen komplett drumherum und dann drücken wir das ganze fest und da sind wir wieder im freihand modus eigentlich ganz cool das lassen wir schön trocknen muss gut aushärten aufgrund vibration und so weiter wollen wir nicht dass die frontplatte abfällt also werde ich noch von hinten noch mal ein bisschen holzleim auftragen nur um auf nummer sicher zu gehen so und jetzt gehen wir zu wieder zu dem neuen schätzchen rüber so wir haben eben holz bearbeitet jetzt ist was anderes dran und zwar schwarz transparentes acryl 6 mm ich werde das ganze gravieren und schneiden ich habe jetzt leider keine kleine kamera die ich da rein packen kann in den laser um euch das zu zeigen ihr kennt das von diesen ganzen videos und so habe ich nicht ist auch nicht schlimm ich werde das jetzt einfach reinpacken gravieren schneiden und dann zeige ich euch das endergebnis und ich bin genauso gespannt wie ihr und dann schauen wir mal weiter wir sind jetzt endlich soweit meine freunde damit wir die chassis einbauen können das hier ist fest ist getrocknet und falls ihr euch fragt was das für ein komisches geräusch im hinterlode ist dass der laser er ist nicht laut aber vielleicht ein bisschen irritierend wäre nicht dass vier filme ich hoffe ihr verzeiht mir genau wie verbauen wir die chassis ich habe hier einmal den zapfufer und der hat ja hier schon so ein dichtband drum deswegen brauchen wir kein extra dichtband der kommt jetzt hier rein und den befestigen wir gleich wie wir den befestigen das mache ich hier mit allen chassis auf die gleiche weise so eine holzschraube und dann m4 mutter ist das jetzt hier die kommt da drüber und dann wird das ganze verbaut und festgeschraubt bei den chassis wie zum beispiel dem hochtöner da gab es kein dichtband da habe ich mir extra so ein kleines dichtband geholt ganz dünn und das habe ich hier drum herum geklebt der kommt dann hier oben hin beziehungsweise hier unten hin und bei den tief und mittel tönern wie man hier sieht da ist auch kein dichtband drum herum das habe ich bei dem so gelöst das hatte ich noch von dem anderen projekt von den tür projekt da hatte ich noch genug dichtband über das war ein bisschen breiteres ein bisschen dickeres das ist das hier und das habe ich einmal hier komplett drum herum geklebt und das verbauen war hier oben also erstmal die chassis verbauen so der laser ist endlich fertig das hat jetzt ungefähr eine stunde gedauert mal gucken was er fabriziert hat okay das ist nur staub okay das muss ich gleich sauber machen gut kann ich gleich machen das hier sollte normalerweise so eine flächengravur sein seht ihr auch hat gut funktioniert er sollte einfach nur so ein muster das habe ich mir jetzt ausgesucht als bild ist und muster im internet und das sollte er gravieren das hat er sehr gut hingekriegt das sieht echt klasse aus und hier drin ist ein schnitt und außerhalb ist ein schnitt mal gucken ob er das geschafft hat weil ich habe eine folie drunter da hat das hingekriegt das hier soll jetzt das außenmaß sein ok stellenweise hat das nicht komplett durch geschafft gut das klären wir gleich das machen wir gleich und hier in der mitte sollte auch schneiden er sollte mir ein ausschnitt machen damit man die chassis sehen kann aber das sieht gut aus ja auch guckt euch das an absolut klasse die öffnung die hier seht das ist jetzt kein griff zum festhalten wäre cool aber dafür ist es nicht gedacht hier kommt eine platte unten drunter die wird hier festgeklebt und dann kommen die drehregler vom verstärker da drauf das hier ist einmal der verstärker wundert euch nicht warum ich hier so lange kabel dranhängen die habe ich selber verlängert weil hier sind normalerweise diese potis drin die sind fest verlötet ich habe sie rausgelötet und einfach verlängert damit ich mehr spielraum habe und diese drehregler kommen in diese platte rein diese platte das war fünf minuten arbeit mit dem laser einmal kurz beschriften was dahinter steht ihr seht es vielleicht volume bassvolume bassfrequenz channel bass und channel triple die platte wird unten drunter verklebt mit sekundenkleber schön abgedichtet und dann kommen die teile durch die löcher und dann kann man das ganze von oben bedienen also eine super einfache geschichte also fünf minuten oder keine fünf minuten ich weiß es nicht auf jeden fall das ist der kleber den habe ich mir extra dafür geholt sekundenkleber dauer elastisch das sollte dann ziemlich fix gehen und mit dem kleber werden wir auch gleich wo sind die teile das sind jetzt einmal die passiven radiatoren ich nehme einen raus so hier wird der kleber hier drumherum wird der kleber aufgetragen und dann kommt das in die seitliche öffnung die seht ihr hier unten von innen wird das dann verklebt ebenso mit diesem sekundenkleber so sieht es momentan hier drin aus ich habe alles schon verkabelt die drehschalter sind auch schon an dem acryl dran alles befestigt und was neu dazugekommen ist sind die beiden kästen hier wofür ist das wie ihr wisst habe ich hier tiefmitteltöner und ich habe in den anderen kasten tiefmitteltöner und die müssen von dem subwoofer getrennt werden der subwoofer nimmt hier den ganzen raum ein und die tiefmitteltöner deswegen habe ich diesen kasten aus multiplex gebaut jeder tiefmitteltöner für sich selbst komplett geschlossen abgedichtet unten mit holzleim und später kommt diese kappe hier drauf wie ihr seht dichtband drumherum einfach festschrauben und das war's hier sind die anschlüsse das heißt der tiefmitteltöner ist hier verbunden und gleichzeitig wird der ein hochtöner jeweils an einen tiefmitteltöner parallel geschaltet das ganze festmachen aber nicht vergessen hier kommt noch so ein dämmmaterial rein das stopfen wir schon mal hier rein so einfach rein damit zack jetzt können wir das ganze hier oben fest drauf setzen und dann wird das ganze verschraubt das was ihr hier seht sieht wild aus gebe ich zu manche kabel hätte ich vielleicht im nachhinein reinpacken sollen damit das ganze schöner aussieht aber nicht schlimm wir haben hier einmal ein netzteil 24 volt das ist verbunden ln und pe hier vorne so ich zeige euch mal die rückwand so sieht die rückwand aus was haben wir hier hier haben wir den netzanschluss hier haben wir einen schalter zum umschalten und zwar schalten wir einmal um zwischen netzspannung und das ist jetzt dieses netzteil hier wenn ich zum beispiel auf der 1 bin ist dieses netzteil an und versorgt alles über das netzteil über den normalen netzanschluss gehe ich auf 0 ist alles aus gehe ich auf die 2 wird das hier geschaltet das netzteil ist dann aus aber das hier wird geschaltet und das hier ist für den akku so genau so sieht es aus das was ihr hier seht ist einfach nur eine extra halterung für den akku das heißt wenn man das mitnehmen möchte kann man hier ein akku reinpacken hier hat man noch ein ersatz akku dran und das coole ist es ist fest ihr könnt das umdrehen es fällt nicht raus genauso wie hier ist das drin ist das fest und es kommt nicht raus das heißt das ist der umschalter zwischen netzspannung und akku das hier ist einfach nur ein schalter wo ich sage das ganze ist jetzt an oder aus also komplett die ganze kiste dann haben wir hier unseren verstärker der ist mit heißkleber unten drunter fest das hier ist mit schrauben fest und hier haben wir noch das kann könnt ihr von hier wahrscheinlich gar nicht sehen aber das ist so ein 5 volt 5 volt DC DC wandler sprich ich gehe über die 24 volt hier rein und raus kommt 5 volt einfach nur für das hier und das hier ist für die leds die leds werden mit 5 volt betrieben also habe ich mir so ein DC DC wandler geholt 5 volt und das ist dadurch betrieben wenn ihr wissen wollt wie man das ganze verschaltet zum dem das ist mein masse bezug das heißt überall die masse ist an einem punkt hier fest wenn ihr wie gesagt mehr wissen wollt über die beschaltung wartet ab bis zum ende des videos da werde ich noch ein bisschen was zu erzählen vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant was ich jetzt machen werde ich werde das ganze jetzt zu machen und dann können wir das ganze mal in betrieb nehmen endlich bis zum nächsten Mal Geil, also wie ihr seht, es funktioniert, Bass ist da, genau das wollte ich haben, ein bisschen Bass, ein bisschen ist gut, das Ding kann echt gut was, finde ich echt super, sieht klasse aus, was denkt ihr über das Aussehen? Ganz ehrliche Meinung, würde mich mal interessieren, schreibt mal unten in die Kommentare, ich finde das cool, was die LEDs angeht, normalerweise sollten die blinken und anders farbig sein, ich mache das mal aus, vielleicht ist das besser, aber die sollten blinken mit dem Bass zusammen und beim Durchfädeln, weil ich vorher ein paar Drädchen zusammengelötet habe, kann sein, dass ich irgendwas auseinandergezogen habe und dass es deswegen nicht funktioniert und jetzt sind die ständig mit blauer Farbe bedeckt, ist aber nicht schlimm, ist okay, habe ich nichts dagegen, zumindest läuft die Kiste hier, alles funktioniert, Gott sei Dank. Hinten, ich drehe mal kurz, momentan habe ich nur den Akku drin, aber das ist gar kein Problem, Netzteil, Netzkabel kann hier angeschlossen werden und dann, wie schon gesagt, kann geswitcht werden zwischen Akku und Netz und ja, was gibt es noch zu sagen? Klar, die ganzen Bauteile, die ich hier verwendet habe, Verstärker, keine Ahnung, die Halter hier, die finde ich cool, davon habe ich zehn Stück insgesamt, die werde ich mir auch noch demnächst hinbauen, damit ich die Akkus alle reinpacken kann, die sind cool, weil die verrasten. Wie gesagt, alle Einzelteile werde ich auf jeden Fall in den Videos verlinken, äh, unten in der Videobeschreibung verlinken und falls es euch interessiert, weil ich, das Video ist sehr lang, ich weiß, tut mir auch leid an der Stelle, aber es musste halt sein, es ging nicht anders und falls es euch interessiert, wie das Ganze verschaltet wird, dann werde ich auf jeden Fall für euch in circa vier bis fünf Wochen, kommt darauf an, ich brauche ein bisschen Zeit dafür, ich werde einen Plan für euch fertigstellen, wie man das Ganze zusammenbaut, die komplette Elektronik reinpacken, wie man alles verschaltet und so weiter und das werde ich natürlich bei mir im Online-Shop reinpacken und zwar für umsonst, kostenlos, kann sich jeder runterladen, falls ihr Lust habt, euch diese oder so eine ähnliche Box mal zusammenzubauen, muss ja nicht gleich aussehen, Hauptsache die Elektronik und alles passt und das Aussehen bestimmt ihr, genauso wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, kostenlos zum Runterladen, schaut zwischendurch einfach mal in den Shop rein, es wird, äh, da sein, vier, fünf Wochen schätze ich ungefähr. Äh, ja, das Projekt an sich hat richtig viel Spaß gemacht, es ist auch nicht alles so glatt gelaufen, wie ich es eigentlich geplant habe, äh, ist meistens so, ich weiß, aber bei diesem Projekt besonders, irgendwie, das mit dem Fräser, das regt mich irgendwie am meisten auf, äh, dass das nicht funktioniert hat, das werde ich auf jeden Fall in Zukunft mal mich näher drum befassen und, äh, vielleicht klappt das ja mit, äh, ich werde das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, ich werde das irgendwann mal ausprobieren, weil ich finde diese Verbindungsart richtig cool, aber das mit der Gehrungsverleimung hat ja auch sehr gut funktioniert. Gibt es noch was zu sagen? Ja, der Laser an sich, äh, ihr habt ja mein neues Manschienchen gesehen, funktioniert astrein, äh, klar, Costa Quanta ist halt ein bisschen was, aber muss ja jeder für sich selbst wissen, hat er das Geld dafür oder nicht, ich kann nur sagen, das Ding erleichtert einem auf jeden Fall die Arbeit, genauso wie die CNC und, äh, funktioniert tadellos, ohne Probleme seit dem ersten Tag, wo ich es ausgepackt habe und, äh, Erfahrungswerte sind wichtig, man muss halt öfters mit den Materialien arbeiten, dann weiß man ganz genau, welche Geschwindigkeit man wählt, welche Leistungsstärke, aber, äh, bei X-Tool auf der Seite gibt es auch noch, ähm, so eine Beschreibung zu den jeweiligen Materialien, was man da einstellen kann, damit es gut läuft. Ich verlinke euch alles unten, den, äh, Laser, ich verlinke euch die ganzen Sachen hier, alles verlinke ich euch, falls euch das interessiert, schaut unten rein, auch die Homepage von X-Tool, die haben sehr oft auch Rabatte, schaut da rein, wie gesagt, wenn es euch interessiert, wenn nicht, dann macht es nicht, hängt alles nur von euch ab. Leute, ich würde sagen, das war's, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen von diesem sehr langen Video, äh, und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten coolen Projekt dabei, das in circa zwei bis drei Wochen kommt. Ich hoffe, wir sehen uns, macht's gut, bis dahin, und, äh, macht's gut und bis dahin, nichts, nicht andersrum. Leute, ihr wisst, was ich meine. Ein Griff wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Naja, geht auch so.